Das ist Frau Kraft. Als Bürgermeisterin einer Kleingemeinde in Sachsen freut sie sich, dass immer mehr Engagierte sich an politischen Prozessen und Diskussionen beteiligen. Was sie aber besorgt ist, dass gerade junge Leute zu oft zu wenig Perspektive für ihre Zukunft sehen, mit weitreichenden Folgen wie Abwanderung und Fachkräftemangel. Für sie ist klar, man muss etwas tun, um die jungen Leute mehr einzubeziehen. Sie sollen sich mit ihrer Heimatregion identifizieren, merken, dass sie gebraucht werden und gemeinsam etwas bewirken können. Und dabei ganz nebenbei lernen, wie Demokratie funktioniert. Die Gemeinde bzw. der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Heißt es in der sächsischen Gemeinde und der Landkreisordnung. Auch die UNO-Kinderrechtskonvention betont das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Beteiligung. Von Bildung über Klimawandel bis zur Digitalisierung. In allen drängenden Fragen unserer Zeit können junge Menschen der Politik und der Verwaltung helfen, gute Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Es ist herausfordernd, für alle Altersgruppen zwischen Kita, Schule und Ausbildung passende Beteiligungsangebote zu entwickeln. Dazu kommt, auch junge Menschen haben wenig freie Zeit. Und wer sich zum Beispiel bei der Gründung eines Schülerclubs engagiert, profitiert oft nicht mehr selbst vom Ergebnis, weil aus Jugendlichen schnell Erwachsene werden. Schon sich zu beteiligen, gefragt und gehört zu werden, ist eine bereichernde Erfahrung. Das müssen wir vermitteln. Doch wie vorgehen? Welche Beteiligungsmethoden gibt es? Schafft man ein dauerhaftes Gremium oder einzelne Veranstaltungen zu bestimmten Fragestellungen? Wie können Kinder und Jugendliche motiviert werden, dabei zu bleiben? Die Vernetzung mit anderen Kommunen und zivilgesellschaftlichen Trägern, zum Beispiel im Erfahrungs- und Beratungsnetzwerk Bürgerbeteiligung Sachsen, war dabei für Frau Kraft und ihre Gemeinde sehr hilfreich. Bei ihr im Ort wurden die Kids dann direkt in der Schule abgeholt. Bereits für die Konzeptentwicklung für ein Jugendgremium der Gemeinde wurden Jugendliche der weiterführenden Schulen per Losverfahren ausgewählt und aktiv eingebunden. Manche waren anfangs skeptisch, aber heute sagen alle, dass es eine großartige Erfahrung war, eigene Ideen für die Zukunft der Region einzubringen. Diese jungen Menschen tragen das positive Erlebnis, an so einer entscheidenden Entwicklung selbst mitgewirkt zu haben, in ihre Klassen, ihre Vereine und in ihre Familien. Das neu etablierte Jugendgremium hilft nun Politik und Verwaltung, bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Davon profitieren wir alle. Überall im Land gibt es Träger und Initiativen, die sich speziell um die Belange von Kindern und Jugendlichen kümmern und mit gut ausgebildeten Fachkräften die Beteiligungsangebote gerne unterstützen.